testen wir das einfach mal und spielen eine runde Mario Kart. Samsung hat nach dem neuen Update mir hier eine Bildschirmaufnahme angezeigt. Das lustige ist, ich kann bei der Bildschirmaufnahme... Moment. Oh ja, vielleicht sollte man sich mit dem Internet verbinden. Ich kann bei der Bildschirmaufnahme... Bisschen wie so eine interaktive Tafel. Ich kann da plötzlich drauf rumkritzeln. Wie geht das wieder weg? Aha, so geht das wieder weg. Okay, und es sagt, es nimmt auf Kamera und, äh Kamera, guten Morgen, Mikrofon und Medientöne. Jetzt bin ich gespannt, ob es hier, wenn ich den Ton mal anmache, der ist nämlich hier standardmäßig ausgestellt, weiß ich natürlich nicht. Wenn du diese Option deaktiv wirst, wird keiner hinterher. Also so müsste jetzt Musik kommen. Ja, wie gesagt, jetzt bin ich gespannt. Muss ich das hier noch machen? Jetzt höre ich was. Okay, also jetzt müsste theoretisch, wenn es aufgenommen wird, müsste bei euch auch Sound rauskommen. Ähm... Fahren wir mal kurz kurz Piste. Ne, das Quatsch. Einfach nur mal um zu testen. Also ich könnte jetzt praktisch die ganze Zeit hier hergehen und drinnen rumkritzeln. Das ist ja witzig. Okay. Mal schauen, wie flüssig das aufnimmt und wie groß die Datei am Ende ist. Und ob ihr auch jetzt eben Sound habt. Weil jetzt wird der Sound ja dann nicht durchs Mikrofon aufgenommen. Sondern der läuft... Oh mein Gott, habe ich ein Glück. Sondern der läuft ja... Äh... So, jetzt abdrehen. Weißt du schon, was ich meine. Also der läuft ja... Ingame... Münzen mitnehmen und die Kombo aufrecht. Oh mein Gott, habe ich ein Glück. Zweimal hintereinander, äh... Hält natürlich jetzt die Kombo schön aufrecht. Problem ist aber, gleich wird sie mir zusammenbrechen. Weil ich jetzt gleich nichts mehr habe. Ja, jetzt ist sie zusammengebrochen. Schade. Das macht natürlich weniger... Oh mein Gott, da kommt runter. Das ist so frech immer. Äh... Schaffe ich das noch? Yes. Okay. Das macht sehr viel mehr Punkte auch nicht. Es ist super schwierig hier, wenn man nicht die richtigen Karts hat, noch mehr Punkte zu erreichen, als das, was man halt schon hat. Na ja, ich habe das hier schon alles möglichst weit hoch gefahren. Das sind jetzt 300 Punkte mehr. Das wird jetzt mich nicht gerade sehr stark in diesem Cup nach oben befördern. Dafür müsste ich schon... Ja, das ist... In dem Cup habe ich keine Chance. Einfach nicht die richtigen Fahrzeuge. Vor allem hier fehlen mir Punkte, was ich... Äh... Da habe ich 8041. Da hat der auf dem ersten Platz... Hat hier 12.000. Und in dem... Der hat er halt 15.000. Einfach weil er... Wenn man das hier sieht... Oha, der hat das richtig hoch gelevelt. Der hat sie auf 4, der hat das auf 3 und das auf 6. Ja, dadurch kriegt er halt massig Punkte, wenn er erster wird. Die kriege ich halt leider nicht. Okay. Ähm... Aber das jetzt mal als kleiner Test. Sollte das jetzt... Ton aufgenommen haben im Hintergrund, lade ich das auch einfach mal hoch, was mich interessiert. Das ist eine... Also ich habe keine Ahnung, was das für eine App ist. Das ist keine App. Das ist irgendwie jetzt einfach eine Bildschirmaufnahme, die von Samsung selbst... Oder was... Ich weiß nicht, ob es von Samsung ist. Vielleicht auch von Android. Aber die jetzt mit einem neuen Update kam. Also ein neues Update ist auch... Ne, das gibt es schon ein paar... Paar Wochen. Ich habe es jetzt halt gemacht, gerade dieses Update. Ja, aber... Ne? Ich stoppe das Ding jetzt mal und gucke mir das mal an.